Prozent weiß eigentlich irgendjemand wie lang wir schon aufnehmen die Kälte hat die Gäste nicht schon lange Zeit auf weil ich um mich so wie angefangen haben zu spielen vor es zu gehen nein die er ja die genut er ging neun fünf von neun das so wenig gekommen okay gut okay ich bin dumm der ganzen was ich bin genau vor ich bin auch genau ich bin so hat jemand den Goldblock Prozent nein durch ihn ich denke an der kommt ohne Goldblock in der in das kleine Haus ich habe noch nie eine Granate geschossen doch du hast du hast letztes mal gesagt du hörst du hast immer die Feuerwehr geworfen geschossen die habe ich geworfen ja ich suche mal kurz den Goldblock ja keiner kommt in das kleine Haus ohne den Goldblock ja weil den Kirch ja ziemlich deutlich gesagt dass los ist oder Trissi 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 ist bei mir wenn ich ruhig bin ist Trissi oh er ist runtergefallen scheiße ach ja mit dem Newton da und schabe ich recht du lebst du noch ja ich lebe noch ich bin alles gut alles gut oh Gott sei Dank wer hat den Goldblock hat irgendjemand einen Goldblock ne ich suche nein ich hab nur einen Diablock alter warte Husky ist doch jetzt weg ja wenn der jetzt ist es ja auch scheiße Trissi ja Trissi ist es ich weiß es sie hat den Newton ja wenn ich gleich tot bin dann ey was piept da erdlich ja das piept alter ey wo standst du ah ich das ist C4 ey da bist du ey wo war das das war vor deinem Haus hallo ich hasse dich ach hatte ich das auch da bin ich auch mal vorbeigelatscht und trissi ist da halt auch eiskalt und trissi ist da halt auch eiskalt richtig mies ey richtig geil ja richtig ja ich gehe mir und ich ja ah ok ich bin inno alter ich schwöre dir es stand da ich bin inno ich schwöre auch ich bin inno ich hab nur eine shotgun nur ich hab immer eine shotgun ich bin im testerhaus ok ja ok ich suche den goldblock ähm ist das ist der tester aktiviert nein wir brauchen den goldblock wo ist der alter jemand schießt äh jemand schießt scheiße jonas ist einfach stillgestanden ich hab dachte wir im 10 menü ich bin inno ja nein du hattest die zahlen die zahlen und fox Trissi ist glaubst dir nicht da war es Trissi gell Trissi war äh ich wollte eigentlich hab ich doch gewusst ey ja ich hab dachte jonas wäre weil der wäre so der ist einfach nur rumgestanden ich hab die Waffe gewechselt ey sorry Trissi ich wollte dich nicht spielen ja aber Trissi war Traitor ja aber ich wollte dich ich wollte dich schicken weil ich hatte gedacht du wärst Traitor warum na weil niemand vertraut ich bin inno ich bin auch inno ey hat wer den Goldblock ja klar hier ne der wo ich da ja da müssen alle wie aufeinander ich der immer woanders ja der ist immer woanders vielleicht ist auch im Leuchtturm ich guck mal ob er Leuchtturm ist mach mal das äh das kleine Wasserbecken in Lava ich geh rein äh wie okay nein nein der ist zu durch ich glaube nicht dass das Jonas ist hier ist der Goldblock im Leuchtturm ah im Leuchtturm okay ja wohl komm herr hoch nicht erschrecken ich bin ich bin nein Trissi ist Trissi ist ich weiß wenn der Wache weg ja mach so okay ähm wo sagt ihr kann man hier hoch nimm den Goldblock mit ja warte ich nimm den Goldblock mit wie nimmt man den wer steht dahinter wer steht dahinter Jonas ja ich geh zum testen ja okay komm warte komm mal mit mit dem Holy Stick mit dem Magnus Stick ja egal aber äh aber das geht nicht doch äh drauf schlagen rechts rechts ja ja er hat den Block Trissi ich habe ihn ich bringe ja schläf auch noch ey 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 den Goldblock nimmt glaube ich eher übrigens habe ich keine Waffe mehr ich habe sie ähm doch aber ich stehe ja unten das ist Innocent sie zwei nehmen den Goldblock weil kein Twitter macht das freiwillig warte bis ich im Testo bin darum glaube ich eher das ist ähm Jonas ist ja ich geh zum Testo es kann natürlich auch Trissi sein die uns einfach nur verarscht ja ähm Trissi nee ich hab Angst dass Jonas Trissi okay komm mal geh rein wie wohin ja ja genau da drauf jetzt da drauf ja warte ich seid ihr fertig ja da drauf oh du kannst das nicht ja ja gut dann äh mach ich hier die ich will jedem vertrauen mache ich die Tür auf ähm dann machen wir sie zu ey wer hat da geschossen keine Ahnung wer hat da geschossen Jonas Jonas hat geschossen okay und dann drück auf den okay wohin wohin muss ich mach mal auf ähm und dann hier aufmachen ja okay und dann ey ey nicht Trissi es ist Trissi ich war gerade im Testo okay jetzt geh du dran ja ich mach zu dann drück ich hier oh okay ey wer lebt noch du kleines Arschloch haha da da ich hab mich in Lava fallen lassen hä wer hat dich in Lava hä wie geht das beim Testo wenn man einen anderen Knopf drückt dann fällt man in Lava echt ja ah ah ne nicht schon wieder alter kannst nicht machen dass die dauernd die Minecraftman bist weiß ich nicht weil das ist ja nicht unser Server aber wir werden ja und versponsert die mach mal sag mal versponsert ja die äh du bist mir du bist nicht mehr auf dem Server ah doch ich würde jetzt einfach mal sagen dass wir jetzt in der Aufnahme Session ähm einfach nochmal die Map spielen dann nochmal einmal die Minecraft Map und dann machen wir mal eine Pause oder? ja ok ja ja gute Idee weil dann spielen wir wirklich durchgehend online aber es macht halt einfach Spaß das Spiel ja ja ok aber diese Map die wir gerade haben bei mir sind die Texturen so verbockt ey das nervt so dermaßen erdisch ok ich bin Inno wenn ich ruhig bin ich sense less warum ich? ok weil du bei mir bist hä? wo bin ich hier? so und ich bin Inno und da ist jetzt noch jemand drin den mag ihr jetzt das mag ich überhaupt nicht da ist Trissi ich geh mal hier in das Haus ran ok wenn ich ruhig bin ist Trissi Trissi geh weg ey Jonas ich fühle mich an der Schockgang okay geh weg so so ähm geh weg bevor es hat hier alle wer ist dahinter wer ist das? ähm holo ähm bist du hier auch im Teerst? ne hä? nein 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 ist er nicht wer ist das? weiß ich nicht irgendein Spieler der steht auf mich der steht auf mich scheiße jajajajajaja wer hat mich eigentlich getötet ey wer wer war wer war in dem einen Haus war Anfang der jeden getötet wie heißt der Holo irgendwas oder? wie heißt denn der ähm weiß ich nicht mehr wo bin denn ich jetzt bitte oh, geh mal auf den Weg oh, du bist so anstrengend hey, ich bin, ich bin inno hundertprozentig ne ey, glaub ich, das ist ein hundertprozentig, ist der immer noch da? jetzt sind da noch mehr ey, ne, ich hab keinen Bock mit Leuten zu spielen die komische andere gekillt ey, kannst du nicht kicken? warte, wir kicken sie alle ich mache also einen Fragenprogramm um zu kicken ähm ne, ähm wie geht das? ach, egal ey, nein, das ist scheiße, dass die Leute kommen und ich kann's nicht mal den, dem den, so was ist jetzt passiert? oh okay what the fuck wer schießt auf mich? wer schießt auf dich? wer schießt auf dich? wer schießt auf dich? es geht noch nicht ja gut nein, bei mir geht es noch nicht was war der? ey, ey ey, der war Traitor? ja ey, nur noch der, 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 äh okay, der, 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 der haus super wir kommen so ein gegenstand verlassen keine ahnung wie ich wieder reingekommen so und ich komme nicht aus dem gegenstand scheiße das ist wichtig hier rum und wird eigentlich auf dem fliegen aber nichts aus dann kann ich es mehr erwarten wie es geht okay ich bin in das sein ich bin auch innocent 100 prozent ich auch in wie einfach jeder einer einer von euch lügt er ist nicht aber auch noch da ich bin ich bin innocent okay wer text sieht einfach töten okay okay stehen hier einfach töten er hat mich ja guck ich bin natürlich scheiße ja